Ich hab doch gesagt, es wird gedrückt. Wie viel? Null. Null. Was heißt hier Null, hey? Ihr seid alle zu blöd. Was sind das für ein Ton? Schon gut, Herrich. Friss oder stirb, ich halt meine Verspreche. Aber vorher beißt ihr in den Teppich. Jeder, der aufmuckt, prinzipiell. Kapito? Bernd, du nimmst heute Tommy mit. Was soll denn immer ich? Timmy könnte doch auch mit den neuen Problemen. Ich wiederhole mich ungern. Bobby, du nimmst heute Charlie mit. Was soll denn das, Erich? Ich bin gerade vier Tage hier. Ey, Mensch. Hast du noch was auf Lager? Ist ja gut. Ey, Erich. Jawohl. Aber hallo. Ihr kriegt noch warme Ohren. Ich warne euch. Bei Kalle stehst du mit 600 Kreide und wir sollen dich hier durchfüttern. Und du sagst nur Null. Die Null bist du, du Idiot. Ich schmeiß dich raus. Wo hast denn deine Blüten? Ich vergesse. Willst du damit rücken gehen? Los, ab! Ich werde es schaffen, Erich. Ganz bestimmt. Morgen bringe ich drei Scheine. Du Wichser! Ich versuch's noch mit Bauchtan. Nun gut. Dann will ich gleich mal Benzingeld kassieren. Drei, fünfzig jeder. Vorschuss geben? Vorschuss? Worauf denn? Schreib du erst mal wieder ein paar Scheine. Bis dahin bin ich auf dem Ohr tau. Der Bernd kriegt nichts zu essen. Fami, wie war's? Ich hab eine Menge gelernt. Hoffentlich. Ich hab da gerade erst angefangen. Hab ich was gesagt? Die Moneten, Josef! Ich hab da gerade erst angefangen.